Im Lincoln Center in New York sah die Pastorin Kim Monk am Freitagabend die Aufführung Shen Yun. Sie reiste dafür extra von Harmony Hill Parish in Stillwater, New Jersey nach Manhattan. Sehr beeindruckt war sie von der Art, wie die Künstler während eines Tanzes auf die Bühne kamen. Sie sagt, es sei wichtig für die Menschen in China, Gott ehren zu können und an ihn glauben zu können. Oh, es war magnifisch. Es ist offen für alle, während der Zeit. Und ich denke, wenn wir alle glauben und wissen, dass in jeder Person wir in der Image von Gott sind, wir würden nicht in der Waren sein. Die Menschen in China werden können und glauben, wie sie wollen. Es ist sehr wichtig. NTD News, New York.